Römisch 3 Das liebende Dienen Bhakti Die Entfaltung der Bhakti Immer wieder ist in diesen Ausführungen das Wort Bhakti gefallen. Was ist diese Bhakti im Sinne der Shastras und der darauf fußenden Texte der Chaitanya-Schule? Im Folgenden soll eine kurze, zusammenfassende Darstellung gegeben werden, worin einiges eingeschlossen werden muss, was schon früher angedeutet wurde. Bhakti ist nicht das, was in abendländischen und auch indischen Werken oftmals so genannt wird. Eine gefühlsmäßige, von Dogmatik, Theologie und Philosophie unbelastete Frömmigkeit des Herzens und Gemüts, ebenso wenig wie Gyan ein intellektuelles, theologisch-philosophisches Wissen bedeutet. Die Gyanis, die in Bhagavatam 10.14.4 und so weiter kritisiert werden, sind diejenigen, die meinen, die Erkenntnis des Wesens des Atma und seiner Beziehung zum weiselosen Brahman und das Untergehen des Atma im Weiselosen durch eigenes Bemühen sei das letzte Ziel, Mukti. Und diese Mukti sei durch Entleerung des Bewusstseins und Unterbewusstseins von allen Eindrücken durch eigene Kraft erlangbar. Jnana nach Shankara-Acharya und seiner Schule ist etwas anderes. Es ist die Auffassung, dass es außerdem Brahman, der gestaltlosen, reinen Erkenntnis, mit welcher der Atma voll und ganz identisch ist, überhaupt nichts gibt und dass die Welt und Gott nicht nur nicht ewig sind, sondern die Welt absolute Unwahrheit und Gott relative Unwahrheit ist. Fußnote 250 Vergleiche G. Thibaut Sacred Books of the East English Translation Shankarabhasya, Oxford, 1890-96 Bhakti im Sinne der Bhakti Shastras aber ist Bhagwans eigene Erkenntniskraft und Kraft seines Glücks, die von Maya ganz unabhängig ist und im Bhakta als dienende erkennende Liebe wirkt und volle Erkenntnis Bhagwans der Welt des Atma als einen Funken göttlicher Kraft und des Wesens der Bhakti als Glück des Dienens gibt und die erkennen lässt, dass das gestaltlose Brahman nur die Aura um Bhagwans ewige Chittgestalt ist. Bhakti Shakti gibt die Kraft mit Leib, Geist, Wort und Atma zu dienen. Fußnote 251 Zu Bhakti als dienen Vergleiche Panini Sutra 4.3.95 Kashika Vriti zu diesem Sutra Bajjade Sevyate Itibhakti Ferner 4.3.98 Das letztere Sutra zitiert in Chivakoswamis Harinam Amrita Vyakaranam Bhakti Shakti gibt die Kraft mit Leib, Geist, Wort und Atma zu dienen Das heißt korrekt, wirklichkeitsgetreu zu denken Das Gehörte zu erfassen Das über die Bhakti in den Shastras Gesagte korrekt zu formulieren Dieses Wissen von Bhagwan, Welt, Atma, Bhakta und Bhakti, das von der Bhakti verliehen wird, ist Ausdruck der Liebe zu Bhagwan um seinet Willen, nicht um des eigenen Ichs Willen. Bhakti Shakti durchglüht Geist und Herz Sie macht dynamisch frei von den Gunas der Maya Bhakti ist nicht wie das Bemühen des Khyani Etwas, was beiseite gelegt wird, wenn das Ziel, die Befreiung, Mukti erreicht ist Bhakti ist ewig Jedes erreichte Ziel auf dem Pfade der Bhakti ist, auch im Verlaufe zahlloser Leben, nur ein Wegzeichen auf einem unendlichen Pfad Das Ziel wahrer Bhakti ist stets nur noch tiefere Bhakti Weil sie, die aus Gott stammende, dienende, erkennende Liebe, unergründlich und unendlich ist, so wie Gott selbst Krishna nennt die Bhakti, zu der das neunte Kapitel der Bhagwan-Gita hinführt, das höchste Wissen, das höchste Geheimnis, das zu höchst läuternde Es wird unmittelbar erfahren, dadurch, dass es aus eigener Initiative herabsteigt Es ist außerordentlich leicht zu üben, ewig Gita 9.2 In der Bhagavad-Gita 6.46 stellt Krishna eine aufsteigende Stufenfolge dar Auf diese Aufzählung folgt die Strophe Doch von allen Yogis ist jener, der mit seinem inneren Atmer zu mir gegangen ist und mich voll Vertrauen liebt, das heißt der Bhakta, mir am innigsten verbunden Gita 6.46-47 Gemäß der Bhagavad-Gita und des Bhagavatam führt keiner der Yoga-Wege zum Ziel, wenn er nicht von Bhakti begleitet ist Doch es gibt viele Gottgeweihte, denen es entwürdigend erscheint, Bhakti, die herrliche Kraft Gottes, als ein bloßes Mittel zu einem anderen Ziel zu missbrauchen Im Bhagavatam singen die Devas Odo-Lotus-Eugiger, es gibt andere, die sich für Muktas halten und die eine unreine Gesinnung haben, weil sie die Bhakti zu Dir weggeworfen haben Nachdem sie mit viel Mühe aufgestiegen sind zum höchsten Ort, stürzen sie von dort wieder herab in den Kreislauf der Geburten und Tode In der großen Hymne des Weltenbildners Brahma an Krishna heißt es Denen, die abgefallen sind vom Bhakti-Yoga zu Dir hin, O Du von Raum und Zeit Unbegrenzter Und die sich quälen zur Erhaltung des Wissens vom Atmer und weiselosen Brahman, wahrlich Diese Qual bleibt ihnen als Ergebnis Es ist nicht anders, als wie harte Streu zu dreschen Bhagavatam 10.14.4 Fußnote 253 Mit ausdrücklichem Hinweis auf das Bhagavatam Tath-Uktam Bhagavati Zitiert von Gauda Pada In seinem Kommentar zur Uttaragita 2.48 Edited with Gauda Padas Commentary Gujarati Printing Press 19.12 Gauda Pada gilt als Guru des Guru von Shankaracharya Es handelt sich um einen der Belege dafür, dass das Bhagavatam auch außerhalb der eigenen Überlieferungsfolge zur Zeit Shankaracharyas schon wohl bekannt war, obwohl er es nicht erwähnte Vergleiche im Widerspruch dazu Das Gupta A History of Indian Philosophy Römisch 4 Cambridge 1949 P.1 Before the 10th century AD No references to it have been discovered by the present writer Anschließend sagt es, dass Gupta Even Ramanuja, born in AD 10.17, had not mentioned its name or made any quotations from it Tatsächlich aber zitiert Ramanuja in seinen Vedanta Tattva Sarah ziemlich oft das Bhagavatam In Kapitel 2 zitiert er Bhagavatam 11.17.2 In 3 Bhagavatam 11.29.37 Und 40 In 6 Bhagavatam 11.28.9 In 7 Bhagavatam 11.9.16-18 In 9 Bhagavatam 11.26.33 In 12 Bhagavatam 11.10.6 Und 12.5.5 In 13 Bhagavatam 10.87.2 Vedanta Tattva Sarah With English Translation and Notes by G.G. Johnson CMS Benares 1898 Ausgabe von Bhakti Siddhanta Saraswati 441 nach Chaitanyas Geburt Ist gleich 1927 AD Das Vishnu Purana 300 nach Christus 3.6.22 Ausgabe Bangabasi, Kalkutta Nennt unter den 18 Puranas das Bhagavatam Was ist nun das Wesen reiner Bhakti? Am Beginn des Bhakti Ras Amrita Sindhu definiert Rupa Goswami Diese höchste Bhakti ist leer von allem anderen Begehren Sie ist von Karma, Jnana usw. nicht verhüllt Sie ist Unausgesetztes auf Krishna sich ausrichten und zu seiner Freude tätig sein Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.1.11 Fußnote 254 Anja Vilasita Shunyam Jnana Karmadi Anamvritam Anakolyena Krishna Anushilanam Bhaktir Uttama Nach dieser Definition, die für alle Stufen der lauteren Bhakti gilt, scheidet alle sogenannte Bhakti aus, die noch mit den Gunas der Maya gemischt ist. Gemeint ist die Pseudo-Bhakti, der im Grunde von Gott abgewandten, deren Atmer sich von Gott getrennt zu sein düngt. Gemeint ist da nicht nur die Raja-hafte Gottesverehrung um des Ruhms und der Macht willen, auch die Satwa-hafte Gottesverehrung, die einer pflegt, weil er es für Bhakti für seine Pflicht hält oder weil er von seinen Sünden und seinen Karma frei werden will. Bhagavatam 3.29.8-10 Aber was ist das zur Freude Krishnas tätig sein? Äußerlich scheidet sich das tägliche Tun des Anfängers auf dem Pfade der unverhüllten Bhakti oftmals kaum von dem Tun eines anderen gläubigen Hindu. Der Adept übt die Sadhana Bhakti, Vaidhi Bhakti. Diese ist eine wohlgeordnete Disziplin, die vielen Regeln folgt. Krishna führt im Bhagavatam dafür an. Erstens, Gottesverehrung im Tempel, Anblick und Berühren meiner Bildgestalt und meiner Bhaktas. Zweitens, mit Händen, Augen, Ohren meinen Dienst und den Dienst meiner Bhaktas zu tun und mich und sie zu preisen. Drittens, starkes Vertrauen beim Anhören dessen, was von mir gesagt wird. Viertens, den Geist ständig in mich zu versenken. Fünftens, alles was man erwirbt, als mein Eigentum ansehen und mir hinzugeben. Sechstens, sein ganzes Wesen mir auszuliefern, im Bewusstsein mein Diener zu sein. Siebtens, immer über meine Herabkunft in die Welt und meine Lilas zu sprechen. Achtens, sich über meine Feste im Verlauf des Jahres zu freuen. Neuntens, zusammen mit anderen diese Feste mit Gesang und Tanz und Musik zu feiern. Zehntens, bei diesen Festen in Prozessionen zu gehen und Blumen und Weihrauch zu opfern. Elftens, vom Guru die Initiation zu empfangen. Zwölftens, an den Tagen, die mir besonders verbunden sind, Fasten zu üben. Dreizehntens, gläubiges Vertrauen, das ich in der Bildgestalt weile, die in rechter Weise in dem Tempel eingesetzt ward. Vierzehntens, allein oder gemeinsam mit anderen Gärten, Heine, Tempel zu errichten und sie mit Hingabe zu säubern, mit Wasser zu besprengen, farbige Figuren auf dem Boden von meinem Bildwerk zu malen und mir in meinem Haus, ohne jeden inneren Vorbehalt, wie ein Diener zu dienen. Fünfzehntens, keine Anerkennung von anderen zu erwarten. Sechzehntens, nicht stolz über sein Tun zu sein. Siebzehntens, nicht vor anderen sich dessen rühmen, was man getan hat. Achtzehntens, irgendetwas, was anderen und nicht mir vorher hingegeben wurde, soll in meinem Dienst nicht angewendet werden und sei es das kleinste Licht. Neunzehntens, was immer die Welt als begehrenswert erachtet und was einem selbst lieb und teuer ist, das alles soll er mir darbringen. Bhagavatam 11.11.34-41 Das ist Bhakti als indirektes Dienen Bhagwans. Bhagavan auf der ersten Stufe bestimmt für diejenigen, die nicht mehr bloß in Erfüllung der Pflichten ihrer Kaste und ihres Lebensstandes Gottesdienst tun, sondern die in der vorher genannten Weise dienen, um einmal in Zukunft zur Freude Gottes, wahre Gottesliebe, Prima Bhakti zu erlangen. Doch die Frage taucht auf, wie soll ein Adept auf der ersten Stufe der reinen Bhakti sich zu den Dingen dieser Welt verhalten, von der Sonne angefangen bis zu seinem eigenen Selbst, all den Dingen, die er eben erlebt und erleben muss und die ihn verwirren können, solange er noch nicht ein wahrhaft gottliebender, ein Prima Bhakti ist. Krishna weist in folgender Weise dem Sadhana Bhakti die Art an, wie er mit den Dingen der Welt umgehen soll. An meine Gestalt, die vollkommen Stille, die vierarmige mit Muschel, Rad, Keule und Lotus in den vier Händen, an diese Gestalt in allen Wesen, in der Sonne, dem Feuer, dem Brahmanen, den Kühen, den Vaishnavas, den vollendeten Bhaktas, in Äther, Wind, Wasser, Erde und in dem eigenen Atmer soll er mit ganzer Klarheit denken und ihn, den Paramatmer, verehren, wenn er ihnen Opfer darbringt. Die Opfer sind vedische Gebetsformen, Opfer mit geklärter Butter, Opfer in Form von Gastfreundschaft für die Menschen, Gras und anderes Futter für die Tiere, Echt freundschaftliches Willkommen heißen und so weiter, Opfer sind Denken an den Lebensatem, Mantras, Nahrung für sich selbst im eigenen Leibe, Opfer von Wasser denken daran, dass der stille Zeuge, der Paramatmer, in allen Wesen unparteiisch weilt. Bhagavatam 11.11.42-46 Klar und deutlich erklärt Krishna, dass es keineswegs Gottesdienst sei, den notleidenden Menschen und Tieren zu helfen und zu dienen, wie ein religiöser Mensch, der keine klare Erkenntnis hat, oft meinen mag. Nichts der Mensch, das Tier und so weiter sind der Gegenstand dienender Verehrung, nicht einmal der individuelle Atmer in jedem der Wesen, der Atmer, der durch Gottabgewandtheit in diese Form aus Maya geraten ist, sondern der davon verschiedene, unabhängige Paramatmer, der über allen Atmers steht und der das klare Wissen, Rat, die wehrende Kraft, Keule, die Weisheit des ewigen Wortes, Muschel, und die Leichtigkeit des Spiels, mit der er alles vollbringt, Lotus als Kennzeichen hat. Nicht dem Nächsten zu dienen, sondern dem in der Welt und den Dingen bei jedem Atmer gegenwärtigen Paramatmer zu dienen, ist in der Sadhana Bhakti Gottesdienst. Krishna ist die Gestalt der Fülle der Lieblichkeit in Vraj Goloka, und er ist Gestalt der Lieblichkeit mit Majestät verbunden in Dvaraka. Und er ist Gott der extremen Fülle der Majestät als Narayana in Vaikuntha. Bhagavan in jeder dieser drei Seinsweisen ist keineswegs in den Dingen der Welt. Jedoch in seinem Teilaspekt als der Welt zugewandte Gott, als Paramatmer, ist er in allen Dingen und Wesen, ohne von ihnen berührt, befleckt zu werden. Diesen Paramatmer, den Atmer über allen Atmers, der bei jedem Atmer weilt und doch seine ewige Einheit behält, soll der Adept im Sinne haben, wenn er vor den Dingen der Welt steht und dieses Bewusstsein des in allen Dingen und Wesen weilenden Paramatmer, soll ihn davor bewahren, die Welt und die Wesen in ihr selbstsüchtig für sich auszubeuten. Der Paramatmer in den Dingen und Wesen und in dem eigenen Herzen ist ganz still. Doch seine bloße Gegenwart veranlasst, Gott, der in dem Abbild im Tempel wohnt, nimmt still den Dienst der Bhakti entgegen, die der Adept ihm mit ganzer Seele darbringt. Jedoch in seinem Abbild spricht Gott zu seinem Diener nicht. Aber die Kraft der Gott selbst erkennenden Erkenntnis und Liebe kann dem Bhaktar zugänglich gemacht werden, wenn er einem Bremer Bhaktar dient. Bhakti wird nur von einem Bhaktar und Bremer Bhakti nur von einem Bremer Bhaktar geschenkt. Abgesehen von den seltenen Ausnahmefällen, da Gott selbst als Avatar in die Welt hereinkommt und Bhakti verleiht. Krishna spricht im Bhagavatam zu Udhava. Es gibt fast keinen Weg zu dieser ewigen Bremer Bhakti, der ein wirklicher Weg wäre, o Udhava. Außerdem dienen in Bhakti aufgrund enger Gemeinschaft mit dem Bremer Bhaktar. Ich selbst bin ja der Anfang und das Ende und der Weg, der ganze Seinsgrund der ewigen Seinden. Das heißt derer, welche die Seinde, die ewige Bremer Bhakti haben. 11.11.48 Bis nun hat Krishna in seiner Unterweisung an Udhava von dem gesprochen, was er bereits als Narayana dem Brahma am Uranfange gesagt hatte. Doch jetzt hebt er an, von dem zu sprechen, was die ewigliche, unvermittelbare, die Seinde-Bhakti, Sat-Bhakti eigentlich ist. Die wahre Gottesliebe, aufgrund derer er selbst als Bhagavan Svayam in den Herzen der Bhaktas und unmittelbar vor ihrem Auge als Gegenstand ihres dienenden Liebens weilt. Fußnote 255 Vergleiche Krishnas Worte in der Bhagavad-Gita Ich bin unparteiisch, derselbe in allen Wesen. Mir ist keiner verhasst und keiner lieb. Aber diejenigen, die mir mit Bhakti liebend dienen, die sind in mir und ich bin in ihnen. Gita 9.29 In zärtlichen Worten spricht Krishna zu seinem Freunde und Diener Udhava von dem Geheimnis aller Geheimnisse, das er dem Brahma in der dritten der Urstrophe des Bhagavatam offenbarte. O nun, O Udhava, will ich dir, du zarter Sprosser der Jadus, der du mein Diener, mein Freund und Kamerad bist, das größte aller Geheimnisse sagen, dass auch von dir, der es hört, wohl geheim zu halten ist. 11.11.49 Während die Gemeinschaft mit den Seinden, den Bhaktas, bedeutet, dass man das Anhaften an allem anderen außer mir aufgibt und mich ganz und gar gefügig macht und festbindet, vermögen das weder der Yoga der Erkenntnis von Atma und Brahman noch vom Paramatma und seiner Beziehung zum Atma und der Welt. 12.11.19 Sankhya Noch Erfüllung der religiösen Pflichten als Mensch. Karma Yoga Studium der Veden Kasteiung des Leibes Entsagung der Welt Opfer mit vedischen Formeln Anlegung von Gärten und Brunnen zum Wohl der Menschen und Tiere Nicht Fasten und Gelübde Nicht rituelle Opfer Nicht geheime Gebetsformeln Nicht Besuch der Pilgerorte Nicht harte Zügelung des Geistes und der Sinne Bhagavatam 11.12.1-3 Die heimliche Bedeutung allen Wohltuens, der Sinn aller Gastfreundschaft, aller Pilgerfahrten für den, der nach Bhakti strebt, ist mit Brahimabhaktas zusammenzutreffen. Krishna zählt die Namen derer auf, die im Verlauf der Geschichte dieser Erde ohne jede besondere religiöse Disziplin bloß durch das Zusammensein mit seinen Bhaktas oder gar mit Bhagavan selbst das höchste Ziel erreichten. Viele kamen in mein Reich, selbst solche, die nicht von sattwa-hafter Natur waren, sondern vom Gunaraja und Thama überwältigt waren. Alle diese Personen hatten weder die Shastras studiert, noch waren sie zu diesem Zweck große Lehrer genaht. Noch hatten sie harte Gelübde gehalten, noch Askese geübt. Durch Berührung mit Brahimabhaktas kamen sie zu mir. Bhagavatam 11.12.5-7 O Udhava, deshalb lass alles fahren, was du von Geboten und Verboten, von Bejahung des Lebens und von Verneinung des Lebens gehört hast und alles, was du noch dazu hättest, vernehmen müssen. Mit der ganzen Liebe deines Herzens nimm einfach bei mir Zuflucht, denn mit mir zusammen bist du ja furchtlos, denn dann bin ich der innewohnende Atmer über allen Atmers, die einen Leib haben. Bhagavatam 11.12.14-15 Das Leitmotiv aller Sadhana Bhakti ist Zuflucht zu nehmen. Erst dadurch werden die religiösen Vorschriften der Vorstufe, die oft auch der weiter fortgeschrittene Bhakti noch übt, mit ihrem Leben erfüllt. Das Zuflucht nehmen Sharanagati ist sechsfach. Erstens, der Willensentschluss, das zu tun, was im Sinne Bhagwans ist und ihn erfreut und deswegen auch im Sinne des eigenen Atmer ist. Zweitens, vollkommenes Aufgeben von dem, was dem vorher genannten entgegen ist. Drittens, die Überzeugung, er wird mich erretten. Viertens, ihn erkennen, erwählen als den Erhalter. Fünftens, sich selbst ausliefern. Das heißt, so wie der in meinem Herzen befindliche, mir noch unbekannte Paramatma mich verwenden will, dementsprechend will ich handeln. Sechstens, die Abwertung der eigenen Person. Das Samenkorn, aus dem der ganze Baum der Bhakti emporwächst, ist Shraddha. Fußnote 257 Shraddha findet sich schon im Rig Veda. Vergleiche die Hymne an Shraddha, EG 10.15, zum Beispiel die fünfte Strophe daraus. Shraddha rufen wir morgens an. Shraddha mittags. Shraddha, wenn die Sonne untergeht. O Shraddha, mache, dass wir Shraddha erlangen. Vergleiche auch Jandokya Upanishad 7.19.1 Nur wer Shraddha hat, denkt. Wer keine Shraddha hat, denkt nicht. Das Samenkorn, aus dem der ganze Baum der Bhakti emporwächst, ist Shraddha. Vertrauen, Glaubenszuversicht. Letztlich eine Glaubenszuversicht, dass das Gottdienen der Sinn des Lebens sei. Diese Shraddha kann man nicht durch Wollen erwerben. Ihr Wesen ist göttliche Gnade, die durch einen Bhaktar, einen Guru, geschenkt wird. Wie dieser Samen der Bhakti gegeben wird und wie es weiter sprießen mag, sollen die folgenden Abschnitte aus der Pripat Vibhuti Maha Narayana Upanishad zeigen. Die sprachlichen Härten im Text wurden nicht geglättet. Wenn ein Impuls, der von einem wirklichen Guru ausgeht, einen Menschen berührt, da entsteht Shraddha zudem Vernehmen, Durchdenken und ununterbrochen klar im Sinne behalten von dem, was über Bhagavan gesagt wird. Das, was vernommen, durchdacht und ständig im Sinne behalten werden soll, sind die Berichte von Gottes Wesen als Bhagavan, Paramatma, Brahma und dem unendlich kleinen Bruchteil seines Wesens als individueller Atma. Die Berichte von Gottes Kraft, der zu ihm hinziehenden und der von ihm fortstoßenden Kraft, die Berichte von Gottes Eigenschaften, seiner Lila und so weiter. Die Upanishad setzt fort. Aus diesem folgt die allmähliche Vernichtung des Knotens des Ahamkara, der durch die vom absoluten wegtreibenden Vasanas, Durvasana, gebildet wird, die sich seit anfangsloser Zeit in dem inneren Sinn befindet. Der innere Sinn, Atta-Karana, umfasst die vier Schichten des Bewusstseins, Mana, Burhi, Citta, Ahamkara. Damit ergibt sich, dass alle Arten von erstrebenswerten und begehrenswerten Zielen, die sich im inneren Sinn befinden, aufhören zu bestehen. Dann erst wird der Paramatma im Stempel des Lotus des Atta-Karana wahrnehmbar. Die vier Blütenblätter dieses Lotus sind höchst konkret die vier Schichten des Bewusstseins, Mana, Burhi, Citta, Ahamkara. Im Kelch dieses Lotus ist bei jedem Wesen der Paramatma, aber erst nun beginnt er, sich sichtbar zu machen. Daraus folgt die Entstehung der Vaishnavi-Bhakti, die ganz und gar gefestigt ist. Vaishnavi-Bhakti bedeutet die Bhakti, die Vishnus' eigene Kraft ist. Daraus entsteht das vollkommene Verblassen der anderen Dinge und dementsprechend das Interesse an allen anderen Dingen, Vairagya. Auf Vairagya folgt das Gegenwärtig-Werden Avir Bhav von Buddhi und Vikyan, von denen Krishna in der Bhagavad-Gita spricht. Fußnote 258 Vigyan ist diese vollkommene, klare Erkenntnis. Durch Wiederholung dieses Vikyan wird es allmählich vollkommen reif. Ist das Vikyan reif, dann wird der Betreffende frei noch in diesem Leibe. Daraus folgt, dass die Folgen alles Karma, des heraufhebenden und des herabziehenden Karma, verschwinden, zusammen mit den Vasanas. Darauf folgt eine extreme Steigerung von Bhakti aufgrund von ganz starken Shuddha-Sadvika-Vasanas. Vasanas, die durch Berührung mit der Samvit-Shakti, Gottes eigener Erkenntniskraft, entstehen. Aufgrund dieser extremen Steigerung von Bhakti wird erkannt, dass Narayana im Zentrum aller Dinge und Positionen und Umständen steht. Alle Welten überhaupt werden sichtbar als von Narayana durchdrungen. Fußnote 259 Gemeint ist hier der Paramatmer in allen Dingen und Wesen. Ohne Narayana ist nichts. Das, erkannt habend, bewegt sich der Bhaktar überall. Aufgrund des dauernden inneren Aufleuchtens von Narayana leuchtet ihm überall und unter allen Umständen die Struktur Ishwaras entgegen. Unter ganz besonderen Umständen mag es hier und da einmal geschehen, dass ein ganz großer Mensch, Maha Purusha, dem Ishwara direkt begegnet. Fußnote 260 Diese Upanishad ist die 54. der 108 Upanishaden. 108 Upanishads Nirnaya Sagara Press Bombay, 1932 Seite 316 Die vorstehende Textstelle aus den Upanishaden führte zu dem Allmächtigen Gott, zu Ishwara. Die folgenden fünf Strophen aus dem Bhagavatam, die Jeeva Goswami in seinem Kommentar zu Bhakti Ras Amrita Sindhu 1.1.25 einwebt, weisen den Weg zu Krishna. Sie zeigen auch die fortschreitende Wirkung des echten Feuers, der echten Bhakti, auf einen Adepten. 1. Es bedeutet überweltliches Heil, von Krishna zu hören und sein Kirtana zu tun. Er, der Freund der Seinden, der innen im Herzen steht, wirft denen, die der Kunde von ihm lauschen, die widerlichen Dinge aus dem Herzen hinaus. Bhagavatam 1.2.17 Die widerlichen Dinge sind die im Herzen wuchenden Vasanas, die Lust- und Hasskeime aus vergangenen Leben, die unersättlich neue Lust begehren und die das, was die Lust stören, heftig abwehren. Die erste Wirkung des echten Feuers der Bhakti besteht in einer Reinigung des Herzens von diesen durch die Gunas genährten Triebe. Gläubiges Vertrauen, Shraddha, in die Worte eines Guru setzt ein. Es folgt eine Begegnung mit wirklichen Bhaktas und der Wunsch entsteht, ihnen zu dienen. Und der Lehrer weist den Schüler an, eine bestimmte Form des Gottdienens, Bajana Kriya, als tägliche Disziplin zu üben. 2. Wenn die widerlichen Dinge fast vernichtet sind, durch ununterbrochenes Dienen Bhagawans und der Bhaktas, dann ist diese Bhakti zudem von den höchsten besungenen Bhagawan festgegründet, Naistiki, geworden. Das ist die zweite Wirkung des echten Feuers der Bhakti. Die Stufe Nishtha ist erreicht. Sie bedeutet Ausdauer, nicht mehr wanken, Einspitzigkeit der Zielrichtung, einen unumstößlichen Willensentschluss. Der Bhaktar ist sich dieser Nishtha bewusst. 3. Dann, wenn das Herz nicht mehr durchbohrt ist, von den guna-haften Trieben Raja und Tamar und Sattva in der Form von Lustbegehren, Karma, Gierigkeit, Lober und so weiter und das Herz, der Geist, im lauteren Sein weilt, dann ist der Geist gestillt. Bhagavatam 1.2.19 Das ist die dritte Wirkung des Feuers der echten Bhakti, Eliminierung der Gunas der Maya, Untergehen des Bewusstseins und des Unterbewusstseins in der Svarupa-Shakti Gottes und die Erwerbung der theoretischen Fähigkeit zur Begegnung mit Bhagawan. Die Stufe Asakti, Anhangen, ist erreicht. Das Anhangen an der Welt erlischt und es manifestiert sich das Anhangen am Zentrum allen Seins. Der Bhaktar ist sich dieser Asakti nicht bewusst. Sie ist ihm zur zweiten Natur geworden. 4. So dann entsteht in demjenigen, dessen Herz gestillt und frei von jedem Anhaften an der Welt ist, aufgrund von Bhakti-Yoga zu Bhagawan die Erfahrung von Bhagavans Wesen. Bhagavatam 1.2.20 Das ist die vierte Wirkung des Feuers der echten Bhakti. Die Stufe der Präma-Bhakti ist erreicht. Die Erfahrung von Bhagavans Wesen kann das Erkennen seiner Majestät, Aishwarya, als Gott der Allmacht oder seiner göttlichen Lieblichkeit, Madhurya, sein. 5. Der Knoten des Herzens löst sich auf. Alle Unklarheiten und Zweifel sind ausgeortet und auch seine Karmas schwinden dahin, wenn im Atma Gott erfahren wurde. Bhagavatam 1.2.21 Vergleiche Mui Upanishad 2.2.8 Das ist die fünfte Wirkung des Feuers der echten Bhakti. Nicht das Ziel, das Ziel ist Dienen, sondern eine Begleiterscheinung, die unmittelbare Begegnung mit Gott. Der Knoten des Herzens, der sich aufgelöst hat, ist der Ahamkara, das durch die große Unwissenheit, Avidya, bewirkte illusionäre Ich-Bewusstsein, das bisher den Atmer, der zur Kategorie Chit gehört und die physischen und psychischen Hüllen aus Maja-Stoff zusammenknotete, sodass der verblendete Atmer meinte, er sei Seele, Geist, sei Materie und die Materie der Hüllen meinte, dass sie, das Ich, der Atmer sei. Es ist eine ganz wundersame Fügung, veranlasst durch besondere Gnade Bhagavans oder ein mächtiges Streben nach wahrer Bhakti in einem vergangenen Dasein, wenn ein Adept in einem Lebenslauf, die in den beiden letzten Strophen angedeutete Stufe, Prima Bhakti oder auch nur das Morgenrot der Prima Bhakti, Rati, erreicht. Zumeist führt ein Bhakti-Leben höchstens zur Asakti, der Stufe des Anhangen, des spontanen Gefallenfindens am Singen der Gottesnamen, am Durchdenken und im Sinnbehalten der Bedeutung der Namen und des göttlichen Reichs und der ewigen Gestalten des einen Gottes und seines Entfaltungsspiels in der Lila. In einem künftigen Leben wird der Adept, der vom anhaften freie Atmer des Adepten, rasch die Stufe der Asakti erreichen und dann fortschreiten zu einer neuen Dimension der Bhakti in Form der sogenannten Priti oder Bhav Bhakti oder Rati. Bhav Bhakti Um Priti, den Keim aller weiteren Manifestationen der ewigen Bhakti bis zu den allerhöchsten Entfaltungen und Spielarten der Prima Bhakti, ein wenig zu verstehen, muss das Wort Priti zuerst sprachlich betrachtet werden. Priti oder Priyata, einer der vielen Sanskrit-Ausdrücke für Liebe, auch für Zufriedenstellen, kann in zwei ganz verschiedenen Bedeutungen angewendet werden. Erstens, reflektiv, auf einen selbstbezüglich, als Freude, hohe Freude, Wonne, Glück, das eigene Wohl, die eigene Zufriedenheit herbeiführend. Zweitens, transitiv, Liebe, Freundschaft, Herzlichkeit auf ihn, auf Bhagavan bezüglich. Wenn man unvoreingenommen untersucht, entdeckt man, dass alles, was man in der Welt Liebe nennt, doch im Grunde nicht frei von Priti in der Bedeutung Eins ist. Also diese Priti sucht im Grunde mehr oder minder nicht nur das Glück des Geliebten, sondern auch eigenes Glück, eigene Freude, Selbstbefriedigung. In der Bhakti wird unter Priti immer nur die Bedeutung 2 dieses Wortes verstanden. Shiva Goswami hat in Priti Sandarbha, Paragraph 61, für Priti oder Priyata die folgenden drei Definitionen gegeben. Erstens, Liebe ist von der Natur der Förderlichkeit für das Objekt der Liebe. Fußnote 262 Priyata, Vishaya, Anukula, Atmakar Zweitens, Liebe ist Lust nach dem, was förderlich, günstig lieb ist für das Objekt der Liebe, was das Objekt der Liebe von sich aus als förderlich betrachtet. Fußnote 263 Priyata, Tat, Vishaya, Anukulya, Tat, Tat, Spriha Drittens, Liebe ist eine besondere Art von Bewusstseinsinhalt, voller Enthusiasmus aufgrund der Erkenntnis davon, dass das Liebesbemühen dem Objekt wirklich eine Freude gewesen ist. Fußnote 264 Das Neue, das bei der Manifestation der Priti zur Sadhana Bhakti hinzukommt, liegt darin, dass sich in dem Bhakti eine ganz persönliche Beziehung zu Gott, zu einer bestimmten Seinsweise, einer bestimmten Gestalt Bhagavans, irgendeiner Lila Gottes entwickelt. In den ersten Anfängen entsteht das, was man einen Stai Bhav nennt. Fußnote 265 Das Sanskrit-Wort Bhav hat viele Bedeutungen, unter anderem Sein, Existenz, Umstand, Natur, natürliche Anlage, Bedeutung, Idee, Gedanke, innere Gedanke, Absicht, Gefühl, Emotion, Sentiment, Geburt, Duft, Freundschaftsverhältnis, Motiv, ekstatischer Zustand, religiöse Ekstase, Liebe. Dieser ist eine durch den Charakter des Atmer individuell bestimmte, ganz persönliche, dauernde Beziehung zu Gott, die sich nie ändert. Der Stai Bhav ist eine bleibende, unveränderliche Priti, die mit dem Wesen der Persönlichkeit ganz zu einer Einheit geworden ist. Zu Anfangs handelt es sich noch um eine Einheit zwischen der Priti und der empirischen Persönlichkeit, also Einheit von Priti und Bewusstsein und Unterbewusstsein. Allmählich wird der Stai Bhav zu einer Einheit der Priti mit dem ewigen Atmer. Bhav Bhakti ist eine unverhüllte Manifestation der Samvit-Shakti Gottes, der Erkenntniskraft, durch die Gott sich selbst immer tiefer erkennt und auch andere ihn erkennen macht. Sie ist wie Licht, das einen Edelstein, den Atmer, trifft und in dessen Farbe zurückstrahlt. Erst wenn durch dieses Erkenntnislicht der Bhav Bhakti, Gott, was und wer und wie er ist, sein Reich, seine Lila, seine Mitspieler, nicht mehr bloß intellektuelle Umschreibungen der ewigen Wirklichkeit sind, kann eine dauernde persönliche Beziehung des Bhakta zu Gott erwachsen. Die Bhav Bhakti wird das Morgenrot des Prima genannt. Das Bhagavatam spricht klar aus, dass nur das Zusammensein mit den Seinden, den Prima Bhaktas und wenn man ihnen dient, zu Bhav Bhakti oder Rati und schließlich zu Prima Bhakti führen kann. Bhagavan sagt, aus dem Zusammensein mit den Seinden und dem ihnen enthusiastisch dienen, entwickeln sich Gespräche, die herrlich schmecken in Ohr und Herz und sie bedeutet Erkenntnis meiner Größe und inneren Kraft. Durch dienendes Hören bei diesen Gesprächen entstehen stufenweise schnell hintereinander Shraddha und Nishtha und Asakti und Rati und Prima Bhakti und er, der höchste Freiheit ist, wird erlangt. Bhagavatam 3.25.25 Das Wissen vom Spota liegt hinter dieser Aussage. Chit-Vibrationen, in denen Wort und Idee und Sache ein sind, gehen durch das Ohr ins Herz ein und geben dem Atmer die Kraft der dienenden, erkennenden Liebe. Die Kennzeichen der Bhakti sind 1. Auch bei der Begegnung mit dem Tod bleibt der Bhaktar unerschütterlich. 2. Er vergeudet seine Zeit und Kraft nicht mehr auf nebensächliche Dinge, auf andere Dinge als Bhakti. 3. Die Anziehungskraft der physischen und geistigen Dinge der Erfahrungswelt verblassen gänzlich. 4. Obwohl er auf dem Bhakti-Weg weit fortgeschritten ist, weiß er, dass er es zu nichts gebracht hat. 5. Und doch hat er feste und ganz tief verwurzelte Überzeugung, dass er an das Ziel gelangen wird. 6. Der Bhaktar dieser Stufe ist voll klarem Sich-Sehnen, einmal so weit zu kommen, dass er dann ausschließlich Krishna dienen wird. 7. Er ist voll innerlicher Freude, wenn er den Namen, die Eigenschaften und die lila Krishnas besinkt. 8. Sein anfangs noch bewusstes freudiges Anhaften an den Berichten von der Lila Bhagawans wird immer mehr spontan, es wird so unbewusst, wie man atmet. 9. Er ist voll innerer Freude, dass er, zumindest im Geiste, an den Orten der inneren Lila weilen darf. Die vorstehenden Angaben im Bhakti-Rasamrita-Sindhu 1.3.25-40, die durch vielerlei Szenen aus der Lila erläutert werden, sind dazu bestimmt, dass der Adept sich auf dem Wege prüfen könne, wo er eben stehe und dadurch vor Selbsttäuschungen bewahrt bleibe. 10. Bhakti ist sehr schwer erlangbar. Sie lässt selbst Befreiung, Mukti, geringwertig erscheinen. Bhagawans großer Avatar-Kapila, der seine Mutter Devahuti in die Lehre des theistischen Sankhya unterwies, sagt im Bhagavatam. Es ist ein Kennzeichen des von den Gunas der Maya freien Bhakti-Yoga, Fußnote 266, Bhakti-Yoga, Verbindung Yoga des Atmer mit Bhagavan durch Bhakti. Es ist ein Kennzeichen des von den Gunas der Maya freien Bhakti-Yoga, dass der Geist, das Herz, sich ohne Unterbrechung auf mich zubewegt. So wie die Fluten der Ganga zum Ozean hin, zu mir, der ich verborgen, unsichtbar, im Herzen aller Wesen wohne. Das geschieht bei bloßem Hören meiner überweltlichen Eigenschaften. Die dienende Liebe zu mir, der höchsten Form des persönlichen Gottes, ist ursachlos, nicht durch ein selbstisches Motiv belastet. Diese Bhaktas nehmen aus dem mir Dienen nichts an, auch wenn es ihnen gegeben wird. Weder Aufenthalt in meiner Welt, noch gewaltige Kraft, wie ich sie habe, noch das in meiner Nähe weilen, noch die gleiche Gestalt, wie ich sie habe. Geschweige denn, dass mit mir eins werden. Fußnote 267 Fünf Formen der Mukti werden aufgezählt. Salokya, Sarjti, Samipya, Sarupya und Sayujya. In der letzten, der völligen Einswertung der Absorption, würde jede liebende Beziehung des Ich und des Du und damit die Bhakti erlöschen. Sie nehmen nichts an, was ihr Dienen schwächen könnte oder gar die Bhakti erlöschen ließe, denn ganz erfüllt sind sie durch das Dienen. Wie könnten sie denn etwas begehren, was vergänglich ist? Das ist der äußerste, absolute Bhakti-Yoga. Mit ihm gelangt man über die drei Gunas hinaus und erlangt Bhav. Stai Bhav, ganz persönliche Liebe zu mir. Bhagavatam 3.29.11-14 Prima Wenn der Stai Bhav sich verdichtet und zum Enthusiasmus des Liebesbemühens in der Bhakti die starke persönliche Zugehörigkeit zu Gott hinzukommt, heißt diese Bhakti Prima. Fußnote 268 Suttapata Brahma Nam Zitiert von Shiva Goswami im Bhakti Sandarbha Paragraf 234 Jan Javalkya sagte Deshalb verehre der Mensch zu seinem eigenen Heil Hari mit Prima. Je nachdem Stai Bhav, dem er zugehört, sagt der Bhakti nun zu Bhagavan, mein Herr oder mein Freund oder mein Kind oder mein Geliebter. Auf allen bisherigen Stufen bestand noch die Gefahr des Herabsinkens, der Schwächung oder gar des Verlierens der Bhakti durch engen Umgang mit lustvollen Menschen oder solchen, die bloß Selbsterlösung suchen. Doch wenn die Sonne der Prima Bhakti einmal aufgegangen ist, dann ist sie unmittelbar ganz unbeschadet davon, in welchem Reiche der Bhakti wandelt, auf Erden, in der Hölle, im Himmel oder in einem der unendlichen Reiche der Ewigkeit. Fußnote 269 Die Shastras kennen mancherlei Arten von Höllen. Es sind Welten, in denen der finstere Gunatama vorherrscht. Ebenso mancherlei Arten von Himmeln. Es sind Welten verfeinerten Genusses, in denen der lichte Gunasatva vorherrscht. Doch all diese Himmeln und Höllen gehören zum Samsara, zum Bereich des endlosen Kreislaufes der Geburten und Tode. Sie sind vergänglich. Eine zentrale Eigenschaft des Prima besteht darin, dass der Prima trotz aller Ursachen, die ihn zerstören könnten, doch unzerstörbar ist. Prima Bhakti ist zusätzlich zur Samvith-Shakti die Manifestation der Ladini-Shakti. Ihr Wesen ist das unendliche Glück des, auch in allen Hindernissen, immer neuen und tieferen Gottdienens und Gotterfreuens. Bhagavan, dessen eigenes Wesen Prima ist, wird durch die Prima Bhakti, die seine eigene höchste Schakti ist, unwiderstehlich angezogen, ja überwältigt. Jeder der Mitspieler Bhagavans in der Lila hat von Ewigkeit her eine dauernde Form seiner Beziehung zu Gott, ihm liebenden Dienern. Da der Leib eines solchen Gefährten Bhagavans, auch wenn es an der Lila auf Erden teilnimmt, nicht aus Fleisch und Blut, sondern aus Dienerkraft aus Prima besteht, muss er nicht gleich einen Adepten, der neu hinzukommt, erst einen Stai Bhav erwerben, sondern die besondere Art seiner dienenden, erkennenden Liebe und das Wesen seiner Person sind von jeher völlig eins. Es wird berichtet, dass die ewigen Begleiter Bhagavans zu fünf großen Gruppen gehören. Man könnte von fünf konzentrischen Kreisen oder Reigen um das Zentrum allen Seins sprechen. Erstens, den äußersten Kreis bilden die Prima Bhaktas, die in der Gewissheit der sie tragenden Gnade Gottes von tiefstem göttlichen Frieden erfüllt sind. Shanti Bhav Zweitens, den nächsten Kreis, mehr nach innen, bilden die Prima Bhaktas, deren ewige Beziehung zu Gott, man in unzulänglichem irdischen Gleichnis der unermüdlichen Liebe eines treuen Dieners zu seinem geliebten Herrn vergleichen kann. Das ja Bhav Drittens, der nächste Kreis Diejenigen, die zu dem geliebten Gott in der Beziehung eines Freundes zu einem vertrauten Freund stehen. In Vraj, dem Reiche der göttlichen Lieblichkeit, gehören die jungen Spielkameraden, mit denen Krishna, die Kälber, und dann die Kühe hütet, zu dieser Gruppe. Sakya Bhav Im Reiche Dvaraka sind zum Beispiel Arjuna, der Held, und Udhava, solche Freunde. Im Reiche des Narayana wieder andere. Viertens, diejenigen, die aus der Allfülle der ewigen göttlichen Person nicht Gott, den Herrn, sondern sein ewiges Wesen als holdes Kind erkennen, und dieses Kind gleich einer Mutter oder einem Vater liebend behüten und umsorgen und erziehen, unter dem Einfluss seiner unsäglichen Lieblichkeit und Ausgelassenheit, Vergessen Sie im Reiche Vraj, dass dieses Kind ja doch der unverletzliche, allmächtige Gott ist. Und er ist dieser Liebe untertan. Jashoda und Nanda, sowie in einem anderen Reich, Devaki und Vasudeva, und auch die Ammen und Nachbarinnen Krishnas in Vraj, sowie auch die Mütter und Väter der verschiedenen Avatarers, die ewige Teilaspekte des zuerst genannten Elternpaares sind, gehören zu dieser Gruppe. 5. Diejenigen ewigen Prema-Baktas, die Gott dienend lieben, so wie eine Gattin den Gatten oder eine Geliebte ihren Geliebten liebt und nicht eigenes Glück begehrt, sondern nur das Glück des Geliebten. 6. Schringar-Bav Innerhalb dieser Bav bilden die Gopis in Vraj den innersten Kreis. 7. In jedem der Stai-Bavs, die über dem Bav des göttlichen Frieden liegen, ist jeweils der Reichtum des liebenden Dienens der früheren Stufen mit eingeschlossen. 8. Und noch neuer Reichtum, neuer Bav, der sich hinschenkenden Liebe, kommt hinzu. 9. So fluten zum Beispiel im Schringar-Bav alle anderen vier Bavs, Shanti, Dasya, Sakya, Vatsalya, als Unterströme mit. 10. Gier zu dienen und durch dieses Dienen, Bhagavan, das Zentrum ihres Seins, das Leben ihres Lebens, als ihren Erhalter, ihren Herrn, ihren Freund, ihr Kind, ihren Geliebten zu erfreuen, ist allen diesen Bavs in ansteigender Intensität gemeinsam. 10. Außer den erwähnten fünf Haupt-Stai-Bavs gibt es sieben länger verbleibende sekundäre Stai-Bavs. 10. Den Hasia-Bav, den Bav des Humors, den Karuna-Bav, den Bav des Elgischen und Tragischen, Vollgram und Sorge, den Raudra-Bav, den Bav des Zorns, den Utsara-Bav, den Bav des Heroischen, 10. Den Bav-Bav, den Bav der Furcht, den Tchugubsa-Bav, den Bav des Ekels, den Vishmaya-Bav, den Bav des Staunens. 10. Sie können für einige Zeit in die früher genannten Haupt-Stai-Bavs eintreten und sie färben und einen dauernden Eindruck hinterlassen. 11. So ist zum Beispiel der Vatsalya-Bav-Jashodas in ihrer mütterlichen Sorge um Krishna ständig von Furcht getragen. 11. Vishmaya, der Bav des Erstaunlichen, muss unter allen Umständen auch in jedem der fünf Haupt-Stai-Bavs enthalten sein. 11. Ebenso wie die Haupt-Stai-Bav ist auch die Zielrichtung der sieben sekundären Stai-Bavs einzig Bhagavan zu dienen und ihn zu erfreuen. 12. Die Brema-Bhakti der Gottgeweihten ist eine Kraft, die immerwährend Gott anzieht und ihn, der ja überall in seiner Chit-Gestalt ist, nötigt, sich sichtbar zu machen. 13. Welche Gestalt aber macht der eine, der in vielen Gestalten gleichzeitig spielt, dem Bhakta sichtbar? 14. Diejenige Gestalt, die dem Stai-Bav des Gottgeweihten entspricht. 15. Der Pfad zu dir und deiner Erkenntnis wird wahrgenommen durch das Hören von dem, was die Schrutis von deiner Lila berichten. 15. In Menschen, deren Herzenslotus von dienender Liebe zu dir ganz durchdrungen ist, weilst du, O Herr, und eben jene Gestalt aus deiner Gnadenfülle, an die sie im Herzen ganz tief denken, 15. O du weitbesungener, machst du aus Gnade den Seinden, den Bhaktas offenbar. 16. Bhagavatam 3.9.11 Wenn Bhagavan durch die Prima-Bhakti angezogen, oftmals nach langer Entbehrung ins Gesichtsfeld des Gottgeweihten tritt, dann wird seine Prima-Bhakti hell entflammt, erlangt einen ganz neuen Intensitätsgrad und Zustand. 17. Sie wird zu Rasa, Bhakti-Rasa, der Lebensstrom des göttlichen Spiels. 18. Der Lebensstrom des göttlichen Spiels ist verwirklichtes Gottdienen im unumschränkten, ewigen Sein. 19. Auch innerhalb des Rasa gibt es mancherlei Schichten der Intensität des Leuchtens. 20. Es gibt Bhaktas, deren Prima dann zum Rasa erglüht, wenn sie Bhagavan tatsächlich begegnen. 21. Es gibt andere Bhaktas höherer Stufe, bei denen es ausreicht, dass ihnen eine leise Assoziation zu Bhagavan aufsteigt. 22. Dass zum Beispiel Radha eine dunkle, Krishna-farbene Wolke oder einen dunklen Tamala-Baum erblickt, 23. Oder dass der bloße Name Krishna von fern an ihre Ohren schlägt und schon wandelt sich ihre ewige Prima-Bhakti zu Rasa. 23. Wenn die Prima-Bhakti des Bhakta zu einem gotterfreunden Rasa sich wandelt, 24. Dann wird der Prima der Gottgeweihten, die zum Kreise der Stai-Bhav gehören, zum Shanti-Rasa. 24. Der Prima des Das-Yabhav wird zum Das-Yabhaz. 25. Der Sakya-Bhav von Gottes ewigen Freunden wird zum Sakya-Ras. 26. Der Vatsalya-Bhav, jener Bhakta-Gestalten, die immerwährend im Bewusstsein leben, dass sie Vater oder Mutter Bhagavans in einer von dessen Seinsweisen seien, wird zum Wundersamen Vatsalya-Ras. 26. Der Shri-Ghar-Bhav von Krishnas Geliebten, seinen ewigen Shaktis in Gestalt junger Frauen, wird zum Rasa der Erotik, zum Shri-Yama-Ras oder Shri-Ghar-Ras. 27. Der in der direkten, dienenden Liebe von Radha und verhältnismäßig sehr weniger anderer Gopis seine größte Köstlichkeit erreicht. 28. Die überwiegende Mehrzahl der Gopis sind nur dienende Helferinnen bei diesem geheimnisvollen Spiel. 29. Bemüht ihre Herrin und den Herrn ihrer Herrin, wenn sie getrennt waren, wieder zusammenzubringen und ihnen in vielfaltiger Weise unermüdlich zu dienen. 29. Da zu Krishna, dem Zentrum allen Seins, die zu Rasa gewordene Prima-Bhakti, aller Kreise und Stufen hinflutet, und Krishna, dessen Wesen Prima ist, im Rasa der dienenden Liebe jedem Bhakta zu entsprechen vermag, wird er die Nektargestalt aller Rasas, Akila-Ras-Amrita-Murti, genannt. Bhakti-Ras-Amrita-Sindo 1.1.1